Mein Name ist Jens de Buhr und ich bin Regionalleiter beim OWV und zuständig für den Anlagenbetrieb für die Stadt Oldenburg und den Landkreis Ammerland. Die neuen V-Töne in Oldenburg geben uns als OWV und gerade in den kleinen Kläranlagen eine langfristige Entsorgungssicherheit und sind ein wichtiger Baustein in der zentralen Schlammbehandlung des OWVs. Also der Job der Abwasserentsorgung ist so vielfältig, das ist mehr als nur ein Job, das ist wirklich eine Berufung, denn das Thema der Abwasserreinigung findet kein Ende. Wir zeigen immer neue Verfahren auf und es kommen immer neue Herausforderungen auf uns zu und die letztendlich zu begleiten und zu entwickeln ist eine tolle Aufgabe beim OWV. Und das Thema der Abwasserreinigung. Untertitelung des ZDF, 2020